Guten Morgen zusammen, mein Name ist Siegfried Eichhorn und in dem heutigen Video habe ich mir selbst eine Challenge gegeben und zwar will ich nicht mit meinem Superweitwinkel fotografieren oder mit meinem 1635, was ich eigentlich zu 100% immer drauf habe in der Landschaftsfotografie. Ich habe mein 24-70 auf der A73 und damit möchte ich Bilder machen. Und die zweite Herausforderung, die ich mir auf den Weg hierher jetzt noch gestellt habe, ist ich darf heute kein Steg fotografieren, obwohl es fällt mir echt verdammt schwer. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Und so beim Herlaufen auf der Wiese, nichts Scheiß gefunden, am Ufer vorne entlang gelaufen, auch nichts wirklich Schönes gesehen, bis ich jetzt hier an dem dritten Steg angekommen bin. Ich habe mich gezwungen, den nicht zu fotografieren. Aber ich habe jetzt hier diesen Baumstamm oder beziehungsweise diesen riesigen Baum, der schon seit Jahren hier richtig cool hier so im Wasser liegt. Und das ist doch ein Fotomotiv, oder? Und mit dem 24-70 kriegt man das, glaube ich, hin. Ich habe jetzt die Kamera mal aufgebaut, schau mal, was für eine Perspektive sich hier eignet, was kann man hier machen und wie ist die Bildkomposition. Ich will eine Langzeitbelichtung machen, weil der Baum bewegt sich ja überhaupt nicht. Das Wasser ist ja fast spiegelglatt. Da kann ich jetzt hier gut, gut, 10 Sekunden lang mal belichten. Auf einer F13, ISO 100. Da hat man in D-Filter den ND64 drin, der reicht auch aus für diese Aktion. Jetzt gehen wir mal auf 50 Millimeter. Wirkt doch auch gut. Von der Bildkomposition habe ich jetzt den Himmel nur zu ein Drittel im Bild. Der Rest ist Vordergrund, beziehungsweise Baum. Und ich habe jetzt hier dieses Blau aus dem Himmel auch auf dem Wasser. Das sieht wirklich schön aus. Taugt mir total. Ich habe jetzt hier auch bewusst nichts von dem Ufer drauf, weil wenn ihr da mal reinschaut, hier im Winter, das ist nicht wirklich grün. Das ist einfach so, wie es halt ist, braun, nichts sagend. Das freut mich jetzt richtig, dass ich mal einen Baum fotografiert habe. Aber der Steg ist halt schon geil. Schau mal her. Ist das nicht schön hier? So ganz allein. Ich glaube, ich muss doch eins machen. Fuck, ich komme nicht drum rum. Ich kann es nicht lassen, selbst mit dem 24-70. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich schneide jetzt hier den Baum tatsächlich an. So etwas mache ich auch normalerweise nie, dass ich hier noch irgendwas anderes mit dem Bild drin habe. Also man sieht den Steg, die Insel und ein Stückchen da von dem Baum. Ist eigentlich nicht mein Style, aber heute bräge ich alle Regeln. Ich muss den Rucksack noch schnell wegtun. Da würde mich jetzt echt interessieren. Findet ihr es cooler auf dem Bild, wenn der Baum noch so leicht mit reinragt? Oder es ist einfach schöner, nur den Steg zu fotografieren? Hier, ich bleibe auch wieder. 11, 10 Sekunden. Baller ich jetzt los. Das wäre jetzt echt interessant. Und schon bin ich wieder auf dem Steg hängen geblieben. Also ich kann es nicht lassen. Schwierig mit dem Baum. Eine Möglichkeit wäre vielleicht noch hier vom Ufer aus von der Seite. Okay, jetzt habe ich einmal einen Steg ohne Baum. Hier vom Ufer aus wäre das eigentlich noch eine Möglichkeit, den Baum zu fotografieren. Und da gehen wir jetzt auch nochmal rüber. Nur mal so zum Spaß. Wow, hier ist aber ein kleiner grüner Busch davor. Das ist ja auch ganz schön. Gar nicht mal so hässlich. Ich zeige euch mal kurz hier die Location, ohne dass ich alles umschmeiße. Hoffentlich zumindest. Ist schon auch eine geile Stimmung hier. Kannst du jetzt nicht meckern. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Perspektive. Ich lasse den Baumstamm jetzt von der rechten Ecke zulaufen. Der Steg ist zu sehen. Die Sonne geht gerade auf. Das ist einfach ein unglaublich schönes Bild. Unglaublich. Es laufen aber gerade Menschen auf dem Steg. So kann ich echt glücklich sein, dass ich vor zwei Minuten noch da war. Aber das ist doch ein geiles Bild. Ich bin ganz happy. Das ist ja fast das Schönste hier von allen. Ich zeige euch mal die Perspektive. So sieht es hier ungefähr aus. Gut, ne? Das hätte ich jetzt echt selber nicht gedacht, dass es hier jetzt nochmal so schön wird. Und vor allem, ich habe mich echt mal mit einem neuen Motiv hier befasst. Das ist doch wirklich schön. Die Sonne geht jetzt gerade auf. Ist das geil. Wow, 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 wow. Sehr schön. Wow, 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 wow. Fuck. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Blendenstern ist garantiert. Schau dir das an, was für eine Traumlocation das hier ist. Wow, super. Ich freue mich gerade ein bisschen. Merkt ihr ja. Wow, wow, wow. Einen schönen Blendenstern oder Sonnenstern. Selbst auf 24 mm geht es, weil die Sonne eben so verdammt hell ist. Einmalig schönes Bild, richtig toll. Und heute habe ich mich echt mal gezwungen, keinen Steg zu fotografieren. Doch ein Foto habe ich ja gemacht. Aber das Ziel war hier, was anderes zu fotografieren. Das habe ich ganz gut hingekriegt. Cool. Hier bin ich auch so auf ca. 37 mm. Habe jetzt eine F22 gewählt, um diesen Blendenstern perfekt einzufangen. Und die Wolkendecke, die kappt die Sonne gleich weg. Gleich ist hier alles vorbei, ist der Zauber vorbei. Die Sonne spiegelt sich schön auf dem Wasser. Ich sehe auch die Spiegelung von einem Baumstern im Wasser. Das ist einfach nur geil gerade. Und in 30 Sekunden ist der Zauber hier vorbei. Ich finde Angst und Gefallen an dem Objektiv. Nicht nur beim Filmen. So, jetzt ist die Sonne weg. Herausforderungen, aber eigentlich war es mehr eine Hilfe hier für den Spot. Und ich habe mich gezwungen, wenig Steg zu fotografieren. Also was kann ich euch jetzt mitgeben von der Aktion? Es schadet nicht, auch mal ein Zoom-Objektiv mitzunehmen in der Landschaftsfotografie. Ich muss mich dazu selbst überreden, weil ich ja sehr weitminklig am liebsten fotografiere. Weil das ist meine Komfortzone. Da kenne ich mich am besten mit aus. Vor allem hier so mit Stegen. Aber heute habe ich mir einen Baumstamm einfach vorgenommen. Das ist 24-70 drauf. Und am Ende war es gar keine Herausforderung, sondern eine riesengroße Hilfe, da ich einfach spielen konnte mit der Brennweite. Jetzt bin ich auch wieder ein Stück weit schlauer. Ich lasse solche Baumstämme hier am Ufer, die offensichtlich eigentlich Fotomotive sind, nicht mehr links liegen. Und habe einfach Freude daran, nicht weiterzuentwickeln. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Falls ihr Interesse habt an einem Fotocoaching hier am Ammersee, schaut mal auf meiner Website vorbei. www.siegfried-aichhorn.de Im Dezember und Januar gibt es wieder Kurse. Bye, bye. Euer Sigi. Bis bald. Bis bald.